Michael Allendorf hat fünf Treffer, habe ich gehört, hat natürlich ein bisschen mehr Erfahrung, gutes Handgelenken. Ich hoffe, ich schaffe vier. Das wäre schon mal gut. Fertig läuft. Fertig läuft. Fertig wird. 2 Tore oder? 3 Tore! Eine zu wenig, es war ganz ganz schlecht. Ist nicht mein Ding von hinter der Linie.